Was ist eigentlich ein Musikverlag? Wie kann er mich unterstützen und was bekommt er dafür? Das alles erfährst du in diesem Video. Ursprünglich haben Musikverlage die Verlagsrechte von Komponisten aufgekauft und deren Werke dann als Noten vertrieben. Das gibt es heute zwar auch noch, aber fast nur noch in den Bereichen Filmmusik und Klassik. Dafür übernehmen Musikverlage aber in der heutigen Zeit andere Aufgaben. Sie werten deine Urheberrechte aus. Urheberrechte haben wir ja bereits besprochen. Das Video verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung nochmal. Zum einen übernehmen sie den ganzen administrativen Bereich bei der GEMA. Das heißt, sie melden deine Werke an, sie überwachen Nutzungen, überprüfen die GEMA-Abrechnung und falls dort Fehler auftreten, reklamieren sie diese. Zum anderen setzen sie sich dafür ein, dass deine Werke möglichst viel genutzt und ausgewertet werden. Das heißt, sie versuchen deine Werke in Radio und TV zu platzieren oder zum Beispiel auch in Filmen. Sie promoten deine Live-Konzerte und auch deine CDs oder Tonträger. Das heißt, neben dem administrativen Bereich fungieren sie sozusagen auch noch als weitere Instanz in Sachen Marketing und Promotion. Aber wofür macht das so ein Verlag überhaupt? Und woran verdient er? Ein Musikverlag verdient grundsätzlich ausschließlich an deinen GEMA-Einnahmen. Deswegen möchte er natürlich auch die Nutzung deiner Werke maximieren. Wie viel Prozent von deinen GEMA-Einnahmen er bekommt, ist im GEMA-Verteilungsplan geregelt. Dieser ist in Aufführungsrecht und mechanisches Recht unterteilt. Im Aufführungsrecht, also von den GEMA-Einnahmen, die du generierst, wenn zum Beispiel dein Song im Radio läuft oder du live spielst, erhält der Verlag ein Drittel. Und im mechanischen Recht, also von zum Beispiel CD-Pressungen und Downloads, erhält der Verlag 40 Prozent, aber wieder nur von den GEMA-Einnahmen. Der Musikverlag verdient also prozentual mit und ist dementsprechend auch sehr am Erfolg deiner Werke interessiert. Wenn du so einem Verlag die Verlagsrechte an deinen Werken überträgst, dann passiert das branchenüblich für die gesetzliche Schutzfrist. Das heißt, wie beim Urheberrecht schon angesprochen, bis 70 Jahre nach dem Tod. Diese Zeit hat der Verlag dann die Verlagsrechte und kann deine Werke auswerten. Das ist natürlich eine lange Zeit, keine Frage, aber der Verlag verdient ja auch nur, wenn du verdienst. Das heißt, in meinen Augen ist es eine Win-Win-Situation. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob du einen Musikverlag brauchst. Die Antwort dazu ist wie beim Label ein Jein. Du könntest die ganze administrative Arbeit natürlich auch selber machen, keine Frage. Aber dafür brauchst du das nötige Know-how und vor allem die nötige Zeit. Und zusätzlich fehlt dir einfach noch eine Instanz der Promotion. Ein Musikverlag unterstützt dich also in all diesen Belangen, vielleicht je nach Vertrag auch noch in mehr Bereichen und wertet deine Musik aus, so gut es geht. Aber in jedem Fall solltest du bei Angeboten von Verlagen das Ganze gründlich prüfen, weil es auch in diesem Bereich natürlich sehr viele schwarze Schafe gibt. Auf was du da genau achten musst, schauen wir uns in einem späteren Video noch an. Wenn du noch genauere Fragen dazu hast, dann schreib sie doch gerne in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail und ich versuche dir so gut wie möglich zu helfen. Und sonst hoffe ich, dass du jetzt weißt, was ein Musikverlag ist und was er dir nützen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es doch gerne mit einem Daumen nach oben und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, ciao.